Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom1974 und wir sind wieder auf dem C64 mit einem, nimm jetzt mal Konami Klassiker, nicht so wirklich, das ist Jailbreak, das war glaube ich auch geplant, dass es mal für ein MSX rauskommt. Ich glaube, das hat den Prototypen-Status allerdings nie gepackt, das war glaube ich irgendeiner, der sich nicht töten soll. Ja, und ich kriege ja immer so die Frage, hier, ihr wisst ja, Konami war eine große Nummer auf dem MSX, ob denn auch wirklich alles war. Nein, es gab auf dem MSX kein Mickey, kein Iron Horse, kein Jackal und eine Menge Sachen, die auch wirklich nicht mal ein Prototypen-Status haben. Ich glaube, Breakshot war zum Beispiel so eine Geschichte. Ja, und Jailbreak hat natürlich, weil wir sind ja in Germany, wieder ganz große Probleme mit der Indizierungsstelle bekommen, weil hier spielt ein Cop und es ist eine Gefängnisrevolte, eben ein Gefängnisausbruch, der Jailbreak eben. Und eure einzige Chance ist, die ganzen Leute platt zu machen. Und das ist ja der Deutsche, der redet gerne, der möchte das nicht, dass die Leute beschossen werden, sondern dass das ausdiskutiert wird. Und das passiert in diesem Spiel nicht und deswegen fand man diese Version doof. Aber ich glaube, die konnte man auf irgendwelchen Tapes trotzdem kriegen. Das gab ja auch auf dem C64 Best of Konami Collections. Und ich glaube, da war das sogar drauf. Also, deswegen. Das hat damals schon keiner interessiert. Ja, aber das Spiel ist auch nicht gut. Um es ganz klar zu sagen. Mir hat übrigens noch einer einen Tipp gegeben, da komme ich aber später noch zu. Das mache ich auch nicht in der Aufnahmesession, die ihr gerade seht. Das ist auch ein Konami-Ding auf dem C64. Da gibt es irgendwie eine Insider-Info. Ich meine, ich weiß ja nicht alles. Auch wenn man mir das wahrscheinlich jetzt nicht so glaubt. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt ein paar Sachen, die weiß man echt nicht. Und, äh, ja. Also, so richtig geil finde ich dieses Spiel übrigens nicht. Ich möchte hier es vorwegnehmen. Ich finde das echt nicht so geil. Ich habe auf die Geisel aber nicht geschossen. Was ist denn, wenn ich einfach durchgehe? Guck, muss ich das einfach an? Ne, bin ich trotzdem tot. Das ist toll, ne? Ich glaube, ich werde euch auch nicht viele Minuten von diesem Meisterwerk kredenzen, weil ich es auch selber ganz großartig finde. Also, ich muss schon sagen, also, äh, hier hat man aber echt wieder alles rausgeholt. Ähm, die Musik ist ganz witzig. Aber sonst ist das echt Schrott. Sonst, auf dem Ende, gab es ja Contra. Das wisst ihr ja. Es gab auch Green Barret. Oder Russian Attack, wie es Leute nennen. Es gab eine Menge Sachen. Aber es gab eben leider nicht Jailbreak. Und wenn man das hier so sieht, ich weiß auch nicht, ob das so der Knaller gewesen wäre. Ach, jetzt haben wir gleich schon fünf Minuten. Das reicht, glaube ich, auch, ne? Also, das ist nicht unbedingt ein geiler Titel. Und vor allem, das ist wirklich, ne, sinnloses draufschießen. Also, wirklich wegknallen und wegballern und, ähm, also, das muss man echt sagen, das kann gar nichts. Ja, würdest du mal? Na. Ach, die stellen sich doch... Ach, ist das die deutsche Fassung? Aber was wir hier spielen, ist die europäische Fassung. Vielleicht unterscheidet die sich tatsächlich. Die stellen sich. Aha. Ist das vielleicht tatsächlich geändert worden? Also, ich weiß noch, dass es wie schon in Deutschland ja große Probleme gab, wie, wie... bei den meisten Spielen, ne? Nein, das wird euch ja nicht überraschen. Soll ich ins Casino nehmen? Klar. Der Gefängnisausbruch mit Casino. Seja. Das ist die... Abteilung Illegales Glücksspieler, oder was? Ja, toll. Ja, komm, das reicht jetzt auch. Das ist Jailbreak auf dem C64. C64 braucht kein Mensch. Wirklich nicht. Aber ihr kriegt noch mehr Konami-Klassiker und da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei. Seid mal einfach gespannt. Ich bin euer Mr. Wendermann 1974. Und ihr Spaß habt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.